Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin euer Felix Zitron und das ist eine neue Folge von Pokémon GO. Mit einem Knogger-Roy Bruh. Wie du so tanzt. Ich liebe es, wenn du so tanzt. Ich liebe es. Ich mag es einfach, wenn du so tanzt. Es ist ein Pokémon und ein Ultra. Warte es bitte nicht. Jetzt müssen wir wieder ausschauen. Jetzt müssen wir wieder ausschauen. Jetzt müssen wir wieder ausschauen. Ja jetzt haben wir. Verwünschen haben wir ein neues Gefühl. Ich habe ein neues Gefühl. Nein! Das darf nicht waschen. Ein Registin kann doch nichts verboten. Ja, aber ist nicht auch drin. Ich will mir... Dann nehme ich auch mit. Ja, das nehme ich auch mit. then ist er. Aber ich weiß, es ist vom Typ Feuer, deswegen nehme ich auch noch ein Tiny Cup. Die anderen drei sind eh super für alle Rückmutter. Ich habe nicht immer das Rückmutter rausgenommen. Es ist immer so, dass irgendwer hängen bleibt. Und das ist einfach so merkwürdig. Wenn es irgendwann mehrere Level gibt, außer 40, kann man wahrscheinlich eine 5er Level schaffen. Da muss man wahrscheinlich wieder wie 80 sein. Oder vielleicht sogar Level 90. Ja Level 90, ja. Oder Level 85, könnte auch sein. Ja, ich liebe so eine 5er. Oh, super. Es hat gerade so ausgefallen, als würde Registil daneben schießen. Okay, Knogger ist nicht wie ein 5er. Ähm. Ja, wir haben... Es ist in Ordnung gewesen, dass man halt wieder rausgehen müssen. Weil... Ja, Knogger ist nicht so lang wie ein 5er. Beim 5er hätte ich glatt ein neues Video machen müssen. Und das wäre nicht so schön gewesen. Du, ich liebe so meinen. Cola- trifft mit mir. Und die Bälle. Und einen Knogger. Erstmal schieße ich mal mit Banan... Hallo! Raste bitte nicht komplett aus. Bitte nein. Okay. Das hat für mich ausgeschaut, als hätte er ein Wattestäbchen in der Hand. Wenn das Feuer ausgeht, ist ein Wattestäbchen in der Hand. Und Quanger. Je, ich habe noch keinen Alola-Knogger gehabt. Alola, willkommen in unserem Team, Alola-Knogger. Ja, dass ihr die Pose macht, die mir doch nicht macht irgendwas Beschissenes. Ja. Dann, 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 dann. Arme. So witzig die Musik. Klasse, Männer. Jo. Würde ich sagen, das war's mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Boss heißt auch in Alola. Tschüss. Alola! Oder einfach nur bye. Bye! Bye! Und...